Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich zeige euch heute einen weiteren Best-Hit-Review hier bei mir. Und zwar habe ich zwei Karten hier bei eBay ersteigert bzw. gekauft. Fangen wir an mit der ersten Karte. Und zwar ist es eine 2022-2023 Immaculate Collection Lamello Ball Base Red Karte. Das Ganze ist die Nummer 5 von 49. Hier Lamello Ball für die Charlotte Hornets. Schöner Effekt, schöner Pop diese Karte. Lamello Ball hat eine gute Saison gespielt dieses Jahr für die Charlotte Hornets. Macht so wieder 22 Punkte im Schnitt oder 20 Punkte oder 19. Auf jeden Fall ist es ein guter Basketballer. Hier diese Immaculate Collection Base Karte Red. Ja, das war die erste Karte. Ich danke euch übrigens dafür. Die Karten sind alle sehr gut angekommen. Kommen wir zur nächsten Karte. Und zwar haben wir hier eine 2023-2024 Panini Dondros Elite Basketball Jordan Walsh New Breed Autogrammkarte. Autograph Karte hier für die Boston Celtics Jordan Walsh. Ebenfalls sehr schön. Ja, ich bin damit raus. Sage danke. Bis zum nächsten Mal. Bitte weiterhin kommentieren, abonnieren. Lasst mir doch ein Like da. Peace. Ciao.